Der Deckenventilator Classic Flat 3 – traditionelles Design für niedrige Decken Das traditionelle und flache Design des Classic Flat eignet sich vor allem für Räume mit niedriger Deckenhöhe. Mit 132, 103 oder 75 cm kann der Durchmesser passend zur Raumgröße gewählt werden. Der Flat ist in den Gehäusefarben chrom gebürstet, weiß lackiert, Messing antik und Messing poliert erhältlich. Der praktische Laufrichtungswechsel wird über einen Schiebeschalter am Gehäuse gesteuert. Die klassischen Ventilatorflügel sind in diversen Holzdekoren optional lieferbar. Außerdem sind für die 103 und 75 cm Variante verschiedene Anbauleuchten erhältlich. Sowohl die drei Geschwindigkeitsstufen als auch die optionalen Anbauleuchten lassen sich stilecht Überzugschalter steuern. Auf Wunsch kann auch eine Fernbedienung nachgerüstet werden. Der Flat ist ein Deckenventilator im klassischen Look für niedrige Decken.